Hallo, heute gibt es mal ein Live-Experiment aus dem Hort Drachenthal. Das heißt, ihr könnt jetzt gleich live miterleben, ob unser Experiment funktioniert oder nicht. Ich habe hier sogar ein paar Zuschauer. Sagt mal Hallo. 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 Hallo, heute geht es darum, habt ihr schon mal was von Oberflächenspannung gehört? Ja. Nein. Nein? Ihr kennt doch bestimmt so diese Tiere, die über Wasser laufen können. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ja, das kennen wir. Gut. Und die Tiere können über Wasser laufen, weil auf dem Wasser so etwas wie eine Art Haut ist. Das kennt man von so einem Pudding. Wenn ihr einen Pudding macht und den lasst ihr abkühlen, dann bildet sich da oben drauf ja Haut. Und auf dem Wasser gibt es auch so eine Art Haut, die heißt halt Oberflächenspannung. Aha. Und heute wollen wir mal schauen, wie viel Wassertropfen wir auf so ein Geldstück bekommen, ohne dass das Wasser runterfließt. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben. Was meint ihr? Wie viel Wassertropfen passen auf so ein Geldstück drauf, ohne dass das Wasser wieder runterfließt? Ähm, so vier Stück. Vier. Was sagst du? Drei. Vier. Passt mal auf. Ich mach mal kurz, ich zeig euch mal. Ich mach mal zehn Tropfen schon mal drauf. Dann seht ihr, wie viel Wasser da ungefähr drauf ist und dann dürft ihr euren Tipp nochmal erneuern. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, das sind jetzt zehn Tropfen Wasser. Was meint ihr jetzt? Wie viele Tropfen kriegen wir da drauf, bevor das Wasser von dem Geldstück runterläuft? Noch so zwei Stück zum Zehen. Na, guck mal, wie viel Wasser da jetzt auf dem Geldstück drauf ist, ne? Da ist ja noch ziemlich viel Platz. Noch mal mindestens zehn. Okay, wir machen noch mal zehn weitere drauf. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So, wie ihr seht, ist das Geldstück immer noch nicht ganz voll Wasser. Ja? Ähm, fünfundzwanzig? Noch fünfundzwanzig oder insgesamt fünfundzwanzig? Insgesamt fünfundzwanzig. Also noch fünf weitere? Genau. Ja? Du auch, Michel? Ja. Schauen wir mal. 21, 22, 23, 24, 25. Also jetzt ist die Münze ganz mit Wasser bedeckt, können wir sehen, ne? Also 25 Tropfen. So, aber noch ist das Wasser ja nicht runtergelaufen. Wir wollen ja wissen, wie viel Wasser wir draufkriegen, bis das runterläuft, ja? Ähm, noch mal, noch mal ein Zehner dazu. Noch mal wie viel? Noch mal ein Zehner dazu. Noch mal zehn dazu, das ist ja mutig, okay? Was sagt ihr? Das sind jetzt, wie viel haben wir jetzt? 20? 25 Wassertropfen haben wir jetzt da drauf, für die, die gerade erst neu dazugekommen sind. Und das Geldstück ist mit Wasser bedeckt. Jetzt ist die Frage, wie viel Tropfen bekommen wir noch da drauf, bis das Wasser runterläuft vom Geld? Ich glaube, zehn. Zehn. Das hatten wir hier auch, also hatten wir als... 20. 20? Oh, das ist sehr tapfer. Dann gucken wir mal. Also das Ergebnis ist immer ein bisschen anders. Manchmal sind es fünf mehr, manchmal fünf weniger. Wichtig ist beim Ausdrücken, dass man hier vorne keine Luft hat, sonst kann das auch nicht klappen manchmal. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, also bei 30 hält es auch noch aus. Könnt ihr sehen, wie das Wasser richtig schön schon an der Seite über dem Geld steht und überhaupt nicht runter geht? Ja. So, wir sind jetzt bei 30, wir hatten noch einen Tipp mit 40, ne? Also gucken wir mal. Ja, 40. Also du hast ja gesagt noch 20 dazu, wir waren ja bei... Ne, wir waren bei 25, ne? Ja. Sind wir jetzt noch nicht schon bei 35? Ah, jetzt habe ich mich verzählt. Egal, wir sagen 30, ne? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vorhin waren wir bei 54, ne? Also 54 hatte ich vorhin schon drauf, Freunde. Aber cool, ne? Hättet ihr gedacht, dass das Wasser so hoch sich hinstellen kann? Nein. Ohne runter zu laufen? Na ja. Na ja, sagt er. Na ja. Das ist die Oberflächenspannung gewesen. Ihr habt ja richtig gesehen, das hat hier so einen richtigen Berg gegeben mit dem Wasser, ne? Genau. Und das kommt davon, weil die Wassertropfen, die versuchen sich alle ganz, ganz festzuhalten. Ne? Die halten sich alle gegenseitig fest. Aber außen hier, wo die Luft kommt, da können die die Luft nicht anfassen. Das heißt, die fassen die Wassertropfen, die unter denen sind, auch nochmal ganz fest an und halten sich schön zusammen. Und deswegen läuft das Wasser da nicht so sofort ab, ne? Sondern erst, wenn der Druck zu groß wird, wenn einfach zu viel Wasser da drauf ist, dann können die das, dann sind die auch nicht mehr stark genug, um das irgendwann festhalten zu können. Und dann läuft es auseinander. Wie gesagt, vorhin haben wir 54 Tropfen drauf bekommen. Das ist also immer ein bisschen unterschiedlich. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!